Den Rest erstellen wir gleich Spinnenreiter. Wir haben das Spinnennest erweitert! Wir haben das Spinnennest erweitert! Ja, okay, Leute. Wie viel kostet das? 500? Okay, das können wir uns leisten. Schaffen ist insgesamt... Vielleicht ist es, ob es wirklich die... Ob es die vier Riesen schaffen. Denn wir verbinden diese fest und mal mit dem Gangsystem. Wenn wir dann hier unten die hier reinschicken, müssen wir... Vielleicht kriegen wir es ja sogar hin, dass wir hier drin ein... Irgendwann eine Mine... Wenn wir ihn setzen können. Ich wäre jetzt nicht so gut. So... Ich denke, den Rest der Kommandeurspunkte produzieren wir jetzt Spinnen, Alter. Mach sie beleid! Treibt sie zurück! Das Schlager wird angegriffen! Wir haben es jetzt verleiten! Es ist offen! Los, Spinnen! Los! Ich höre! Nicht stehen bleiben! Sie geben nicht auf! Sie geben nicht auf! Achtung, Spinnenreiter! Mach sie mich! Der Truppen können wir nicht verstebigen! Mach auf, Spur! Sie greifen auf! Sie freit euch! Nein! Erstmal gehen jetzt alle dort rein. Wir haben jetzt geschmiedete Klingeln. Wir fressen wir uns später. Wir greifen das Lachen. Geist an! Ey Leute, wir sehen uns am nächsten Tag. Geist die Blockade! Spießt sie auf! Vergiftet sie, Spinnen! Der Feind! Fresst euch satt! Vergiftet sie, Spinnen! Achtung, Spinnenreiter! Angriff abbrechen! Macht sie bereit! Beeilung! Bewegt eure Beine! Schattet! Du spießt sie auf! Los, Spinnen, los! Nehmen wir den Weg jetzt die Klingeln, die Klingeln. Wir haben jetzt Flammenpfeile! In die Schlacht, Orbs! Sie geben nicht auf! Immer weiter! Hacht auf, Spinnen! Sie geben nicht auf! Wir lassen nur noch zwei Spinnen. Okay, die... zu unserem Versteck! Ihr wimmelt es von Feinden! Verdammt, warum geh ich denn einfach los? Leiter! Vollidioten. Überrennt sie, aufwendig! Jagt sie! Ich wollte doch noch gar nicht in Anzeige sein. Oh mein Gott! Beeilung! Ich habe mich vorbereitet! Sie greifen uns an! Weg vom Feuer! Okay. Welchen Zwergen schlägt der, ne? Den da hinten. Die Zwergen schlägt der, ne? Den da hinten. Die Zwergen schlägt der, ne? Den da hinten. Die Zwergen schlägt der, ne? Was ist denn bitte der Erdenhammer? Achso, ja, wir sollen in der Zeit dann, ja. Die Zwergen schlägt die, ne? Sie kommen von überall! Sie greifen uns an! Ich gebe euch noch nicht, aber es ist auch nicht... Ich gebe euch noch nicht, aber es ist auch nicht... Achtung Spinnenreiter, macht Platz! Ihr wimmelt es von Feinden! Acht auf Spinnen! Okay gut, wir haben noch eine Minute 30 gleich. Macht was euch befohlen wird! Ich will gerade noch, dass hier noch eine Horde Spinnen kommt und einmal rauskommen, weil dann kann ich die nämlich auch los überrennen. Dann retten wir Gorkle auch. Okay, jetzt geht's los. Das ist ein Zwergen Schämpchen. Da! Oh! Das ist ein Zwergen Schämpchen. Achtung Spinnenreiter, macht Platz! Diese Armee ist schon groß genug! Das ist eine Zwergen Schämpchen. Of course! Wie fühle sich aus! Ihr seid schwer, ist zu sehen! throne le mentions! Da gehen sie! Schick sie zu mir. Schick sie zu mir. Sie greifen uns an. Spieß sie. Spieß sie auf. Schick sie zu mir. Schick sie zu mir. Sie zertrampeln uns. Das ist der Erdenarmer. Wir müssen ihn zerstören. Was ist denn der andere? Verteil dich das Lager! Verteil dich den Baumeister! Die Minen werden angegriffen! Wir fallen! Alter Scheiße! Macht sie bereit! Oh Gott! Gefressen wird sie! Überrennt sie! Reiter! Los! Reiten sie lieber! Vergiftet sie Spinnen! Die haben einfach viel mehr Bevölkerungslimit als wir. Das können wir gar nicht mit den wenigen Bevölkerungslimiten. Alle Einheiten sind verrückt. Wir können immer nur gerade so die Aufgaben erfüllen und dann da ist das. Was ist das hier eigentlich? Konzentriert eure Angriffe auf ihre Zerstörungswaffen! Schick sie zu mir! Wer freit drei Kurs an? Wir vernichten alle Feinde Saurons! Hier ist was zu tun ist! Die Orks haben alle Feinde Saurons zerschmettert. Bruchtal ist nah. Doch seine Zerstörung muss warten. Noch. Dieses Land wird uns geholfen! Ja gut. Okay. Ähm. Wir haben 943 Einheiten trotzdem noch vernichtet. So. Nächsten müssen wir mal ein Düsterwald. Düsterwald, die Elben sind einfach nur cool. Düsterwald, äh. Bogen schützen. Finde ich. Also ähm. Ein Hexenkönig. Finde ich. Das ist eigentlich eine extrem coole Einheit bei den Elben. Und ähm. Ja. Wir speichern jetzt erst auch noch einmal ab. So. Und dann geht's da beim nächsten Mal weiter mit der Nuss von Düsterwald. So.